So Leute, das erste Glücksspiel heute. Höher oder tiefer? Finden und Darzog sind natürlich da. Ihr habt schon abgestimmt in den Kommentaren. Ganz simpel, es wird eine Karte aufgelegt. Hier wäre es jetzt das Ass. Glückskarte kann entweder eins oder zwei, oder das höchste sein natürlich. Und dann müsst ihr halt Darzog oder Finden, ein bisschen abwechselnd sagen, höher oder tiefer. Nicht so simpel, ganz simpel, blödes Glücksspiel. Sechs Minuten, wer mehr Punkte hat, Ende. Wer von euch möchte denn anfangen? Könnt ihr euch selbst ausmachen. Finn, wäre das okay? Passt. Sechs Minuten ab, jetzt ist er ein Ass. Okay, dann nehme ich. Ja, in dem Fall wäre es ja egal. Passt. Hube, Darzog. Tiefer? Okay, tiefer, sagst du. Ja, ein Ass, das ist okay, das kann sein. Hm, okay. Okay, das soll ich jetzt wieder ein Ass. Ja, das heißt eigentlich, dass du wieder mal Glück hast. Warte, was? Ja, ein Ass, du hast Glück. Achso, okay, dann höher. Ja, ein Vierer, Darzog. Höher? Normalerweise müsste es höher sein. Ha, das ist eine 3, okay. Ja, gut, dann hätte Finn jetzt einen Punkt. Okay. Ähm, ich nehme... Höher. Okay. Eine 3, du darfst nochmal, ey, was soll denn das? Finn hat echt die Karten. Höher. Was geht? Eine 3. Du darfst nochmal. Es ist schon bald lächerlich, ich weiß. Das ist ein Glücksspiel. Ich glaube, ich nehme... Das ist kinder... Oh, wait. Ich bin tagging. Die Zuschauer können jetzt schon mal die Karte sehen. Höher. Ja, 9. Immer noch 1-0 für Finn. Darzog. Kann jetzt zum Ausgleich kommen. Die 9 nicht wahr, haben wir? Ist die 9, richtig, ja. Tiefer. Leider nein, ein König. Are you fucking serious? 2-0 für Finn. Finn, ein König. Ein König, die Tiefer. Wenn du ganz logisch denkst, wäre es beides egal gewesen, aber okay. Ja, stimmt. 7, Darzog. Darzog kriegt wirklich die dummen... Tiefer. Darzog kriegt wirklich die dummen Karten. Leider nein. Ja, ich verstehe mich auch nicht mit Kartenspielen. Yu-Gi-Oh damals, was rausgekommen ist, das hat mir auch nicht gefallen. Damen. Höher. Ey, das erinnert sich einer von euch eigentlich noch an Yu-Gi-Oh? Ah, klar. Das war damals ein ziemlicher Hit. Ähm, Dame. Dame, ja? Das ist jetzt ein Staub, das ist vergessen. Das ist jetzt ein Staub, das... Äh, kann ich mal mehr reden. 3-0-Lücken. Äh, tiefer. Tiefer, sagt der Finn. Finn hat Glück heute, wie es auch seitdem dieses Spiel. Ja, 6. Darzog, es ist noch alle Zeit der Welt. Du hast noch über die Hälfte der Zeit. Ja. Höher, sagt er. Darzog, du hast wirklich Peche. Es ist leider weniger, es ist 4. 4-0 für Finn in diesem Fall. Darzog flügt es. Es ist, das ist wirklich blöd bei Glücksspielen. Manchmal kann man echt so viel Pech haben. Okay, das bedeutet... Was war es nochmal? Eine 4. Eine 4, ja. Höher. Höher. Nein, was? Eine 4? Alter, Finn, langsam... 4. Immer benade, konfirmt. Höher. Wenn jetzt nicht viel kommt. Okay, ja, stimmt. Dame. Darzog. Immer noch 4-0 für Finn. Mhm. Welche Karte ist es? Dame. Achso. Wir gehen in die letzten zwei Minuten. Höher. Oh, das ist gewagt. Leider nein, ein 4er. 5-0 leider für Finn. Was, leider? Mach einfach. Äh, höher. Nein, eine 2. Wow. Anschlusstreffer für Darzog. 1, 5-1. Darzog. Eine 2. Eigentlich, denk logisch. Du kannst eigentlich nichts falsch machen jetzt. Höher. Das ist egal, weil wenn es tiefer wäre, wäre es ein Ast und wäre auch egal. 8, ja, stimmt, Finn. Ähm, 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 ne 8, das ist schon ein bisschen… Das ist halt, ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich sage einfach, tiefer. Ist falsch, ein König. 5-2. Darzog. Du kannst jetzt schon wieder nichts falsch machen. Denk logisch. Tiefer Ja, das war richtig Ja, ein Ass, ist egal in diesem Fall Gut 5 zu 2 Ich sage auch einfach, tiefer Richtig Tiefer? Wegen Ass Ja, okay, ja, okay, passt 2 Dazok Schafft er noch einen Punkt 2 Ja, eine 2 Höher Eine 2, du darfst nochmal Halb, noch 30 Sekunden Höher, sagt er Passt, Bube, Finn Tiefer Ja, eine 10, Glück gehabt Pieper Eine 8, ja, hätte jetzt gestimmt Letzte Entscheidung, Finn, 10 Sekunden Äh, 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 ist eine 8, ne? Ja 4, 3 Tiefer Wäre falsch Aus Startzok hat nochmal aufholen können, aber leider nicht genug 5 zu 3 5 zu 3 Finn gewinnt dieses Spiel Naja, allein schon, dass ich alle aufgeholt habe Das war schon gut, ja Satisfaction Gut, das war das erste Spiel Alle, die jetzt für Finn gestimmt haben Können sich jetzt ins Höschen freuen Ihr werdet kontaktiert und bekommt schon mal einen Code Schreibt auf dieses Video jetzt Wer gewinnt das nächste Spiel Das nächste Spiel kündigen wir dann im Video an Bis dahin, ciao 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 Bis dahin, ciao